Hat er da einen in den Wald gestellt? Ja, die hat er an sich. Perfekt. Weil die Größe geht eh so, wie wir es gesprochen haben. Ja, sehr gut. Ich habe zwar noch keinen Ofen, aber es wird schon werden. Nein, ich würde es so schlichten und eine Plane drüber. Wichtig ist ja nur, dass es nicht mehr auf der Erde liegt. Bis jetzt war er überlegen. Ah, genau.